Willkommen und jetzt geht's weiter mit Let's Play Minecraft im letzten paar, in den letzten Parts eher gesagt, haben wir hier angefangen unser kleines Häuschen zu bauen. Da werden wir jetzt auch weitermachen, aber erstmal brauchen wir jetzt ein Crafting Table und ein paar Chests. So, dann können wir erstmal das Wirkenholz nutzen. Gerade habe ich kein Texture-Pack drin, wem es auffällt. Das liegt einfach daran, dass ich... Warum habe ich kein Texture-Pack drin? Oh, eine Sekunde mal, kurze Unterbrechung. Schon habe ich wieder ein Texture-Pack, Hannibal, Livestream, da sieht der Cobblestone ja so schön aus. So, jetzt werden wir uns erstmal hier, sagen wir mal, äh... Ja, wir hatten ein Crafting Table. Egal, macht nichts. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein paar Chests. Äh, so. Zwei Chests, wunderschön. Komm. Und die stellen wir jetzt mal da hin und dann werden wir erstmal ein bisschen was einräumen. Hier, Cobblestone. Cobblestone-Treppen. Und hier diesen ganzen kleinen Kram, den keiner braucht gerade. Dumm, dumm, dumm. So, was werden wir denn jetzt machen? Wir werden, glaube ich, erstmal ein bisschen Wolle und... Moment, haben wir Wolle dabei? Ah, wahrscheinlich im anderen Haus. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt Wolle holen. Gut, dann holen wir mal Wolle. Und danach werden wir wahrscheinlich noch in die Wüste müssen, weil wir brauchen Kakteen, denn ich will den grünen Fußboden haben. Mit grüner Wolle dann. Mal tauchen, wie tief das hier ist. Ui, das ist aber verdammt tief. Da werde ich mal einen Tunnel bestimmt durchbauen. Irgendwann so hier so durch. Bis zum anderen Haus. So. Da ist schon das erste Schaf. Dumm, 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 dumm. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Was haben wir denn da für eine Fehlkonstruktion gebaut? Naja, das sieht jetzt etwas komisch aus. Das muss ich irgendwann mal ändern. Jetzt aber nicht. So, dann gucken wir mal, ob hier unsere Wolle drin ist. Eigentlich müssten wir ja welche haben. Äh, hallo. So. Äh. Drei? Oh, ist aber nicht so viel. Fackeln können wir auch nochmal eine neue Ladung mitnehmen. Äh, Cleanstone können wir mitnehmen. Holz können wir allerdings mitnehmen. Zwar nicht so viel, aber ein bisschen was. Und Eisen. Eins, zwei. Dann brauche ich noch... Nein, lass mich überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und eins, zwei, drei. So. So sieht es aus. Brauchen wir hier noch was von? Äh, ich glaube nein. Gut. Dann bauen wir uns jetzt erstmal eine Schere. Eine Türe aus Eisen. Eine Eisentür. Eine neue Spitzhacke für später. Wenn die, die wir jetzt haben, kaputt geht. Und wir brauchen noch... Einen Button für unsere Türe. So, und dann werden wir jetzt mal die Schweine... Ach, die Schweine. Die Schafe uns holen. Und während wir dabei sind, werden wir auch mal direkt jagen gehen. Und ich sehe gerade, die Sichtweite könnte ich noch eins hochsetzen. Oh, ho, ho. Easy natürlich. Easy, 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 easy. Ohne Monster wäre es zu langweilig. So, jetzt ist die Minecraft-Musik auch wieder aus. Schade. Ah, da ist das erste Schaf. Komm her. Können wir uns jetzt alle mal holen. Ich hätte eigentlich besser vorher den Farbstoff geholt. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Egal. Jetzt scheren wir die eben, die hier sind. Komm her. So, und dann gehen wir jetzt erstmal in die Wüste. Ach, komm, die können wir jetzt auch eben mitnehmen. Sollen wir mal gelben oder grünen Fußboden? Ich wäre mal für grün. Das haben wir noch nicht gemacht. Gelb habe ich schon mal in der Singleplayer-Welt gemacht. Bleib hier scharf. So, jetzt sind wir hier schon mal in einer wüstenartigen Gegend bestimmt gleich. Hier ist nur so eine kleine Grotte mal wieder. Äh, Wüste. Gibt es hier überhaupt eine Wüste in der Nähe? Bräuchte ich auch... Äh, gut. Dann gehen wir zumindest mal da oben jagen. Schwerzücken. Ja, so mag ich das. Sie brauchen nämlich nicht ihre dummen Federn abgeben, die ich eh nicht will. Ey. Hast du was gedroppt? Nö, natürlich nicht. Aber die Kühe, die droppen immer richtig viel. Also, her damit. Jawoll, so mag ich das. So, jetzt müssen wir aber mal eine Wüste finden. Mit Kakteen. Hallo. So, zwei Wolle mal wieder. Das ist nicht jetzt so viel, aber immerhin. Wo bist du, Wüste? Holen wir uns hier eben die Schweine. Das ist dann halt jetzt einfach nur eine Expedition hier über die ganze Welt. Ja, wie viel haben wir denn jetzt hier schon? Fünf rohe. Genau. Wunderschön. Komm her. Hühnchen. Da ist noch ein Hühnchen. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht in der Gegend, wo es keine Wüste gibt. Ich bin nämlich eigentlich immer rechter Fan von Wüste. Dann holen wir uns jetzt einfach die Tiere hier weiter. Und jetzt schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, du hast da Kohle vergessen. Die habe ich schon gesehen, nur da habe ich jetzt gerade keine Lust, die mir zu holen. Erstmal müssen die Chicken hier alle dran glauben. Ey. Man wird hier sehr verarscht öfter mal. Komm, die Chicken können wir uns hier alle holen. Dann wird das halt eine Kaktus- und Jagdexpedition. So. Jawohl. Wir brauchen nie wieder jagen gehen fürs Erste. So, 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 so. Ich dachte gerade, das Schwein will sich extra von der Klippe stürzen. Oder hätten... Oh, fast reingefallen. Da hinten ist, glaube ich, so ein braunes oder schwarzes Schaf. Mal gucken. Ich muss mir nur die Richtung merken, wie es zurückgeht. Nicht, dass ich hier nachher... Oh, es wird dunkel. Ich glaube, wir müssen uns gleich eine Erdhütte graben, damit wir hier die Nacht überstehen. Aber da kommt die Wüste. Juhu. Ja, vielleicht sollte ich jetzt gleich wirklich mal anfangen, die erste... Hier so ein kleines Erdhütchen zu graben. Nicht, dass uns hier gleich die Nacht überrascht und wir hier ein Problem kriegen. Also Holz habe ich dabei, das weiß ich auf jeden Fall. Moment, hier an das Ufer werde ich jetzt mal eine Fackel platzieren. Damit ich weiß, dass da die richtige Richtung ist. Und jetzt wird es wirklich schon dunkel, also wird jetzt mal das Haus gebaut. Das ist auf jeden Fall ein Kaktus. So, dann gehen wir jetzt mal hier in die Wand rein. Großes Räumchen hier graben. Nein, natürlich nicht groß. Das wird jetzt hier nur ganz kleines Hütchen. So. Kommen auch direkt wieder Erde farmen hier drin. Eine Fackel, zwei Fackeln. Äh. Ja. Ähm, ich bin voll. Jetzt müssen wir erstmal hier... Warte, warum haben wir denn Gras und sowas aufgenommen? Äh, öh, 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 öh. So. So, das können wir auch einsammeln. Ne, da werde ich jetzt keine Eisentür einsetzen, da werde ich jetzt einfach Erde einsetzen. Hatten wir nicht eben noch ein Crafting? Ja, haben wir. So, dann bauen wir uns jetzt mal eben ein Bett. Ein feines Bettchen. Und wenn ich das habe, ist natürlich die Aufnahme wieder vorbei. Alle acht Minuten ein Part, immer wenn es Nacht wird. Wir können natürlich auch so, hier, was weiß ich, so, uns hier so zwei Glasscheiben reinbauen. Hallo. So, dann legen wir jetzt mal das Bett hier in den Raum. So, wir essen nochmal eben ein Chicken. Dann kann keiner sagen, wir hatten nichts gemacht in dem Bad. Wie viel haben wir denn jetzt gefunden? Acht rohe Fleisch. Zwei raw Porkchop. Zehn raw Chicken. Und 29 Wolle. Ja, was wollen wir denn mehr? Ja, gut, ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.